Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Zombies Teil 7. Ich begrüße Sie wieder herzrechtlich oder rechtsherzlich, keine Ahnung wie das heißt, zu einer neuen Runde Zombies Teil 6 und würde ich sagen, geht's direkt los mit Zombies. So, wie man glaube ich nicht schwer erkennen kann, bin ich ziemlich heißer und erkältet und daher spüre ich jetzt mal ein bisschen ruhiger, Zombies Teil 7. Und ja, das Wetter ist schon unterlegt, der Herbst hat angefangen, Wochenende ist angesagt und ja, der Sommer ist weg, Minecraft bleibt, würde ich mal sagen. Und ja, meine Maus, meine Tappen mit der Maus und ja, spackt wieder ein bisschen rum, wegen wahrscheinlich dem Aufnahmeprogramm. Und ja, dann würde ich mal sagen, warten wir bis der Counter sich beendet hat, dann spüren wir direkt wieder weiter die Runde Minecraft Zombies Teil 6. Nein, Teil 7, sorry, Teil 7. Äh, ein Achievement, was glaube ich nicht jeder von euch weiß, ist einfach, ihr müsst einfach hier auf den Notenblock draufhauen und bekommt ihr ein Achievement. Ähm. Gut, 2, 1 und los geht's. Mit Minecraft Zombies Teil 7. Dann verschanzen wir uns mal schnell, bevor die Infektion beginnt. Und dann geht es halt gleich los. Mit Zombies. Yay. Und los geht's. Ich bin kein Zombie, das ist schon mal gut. Gut. Ach, scheiße, hoffentlich ist hier noch... Ja, hier ist alles gut. So weit. Super. Ich kann jetzt nicht so super durchjumpen, weil meine Maus, wie gesagt, ein bisschen rumspackt. Aber wenn ich aufnehmen möchte, dann kann es halt nicht drehen, ich drehe mich und zack, ist die Maus auf jeden Fall weiter weg. Aber interessiert mich jetzt gerade nicht. Wir spielen jetzt nämlich ganz gechillte Zombies. Und... Ja. Es sind noch nicht viele Zombie. Und ja. Ich hab's doch fast schon gedacht, dass hier einer ist. Ja. Äh, da kommt nochmal einer. No, du hast keine Chance hier. Na dann. Eins geil. Und ein Heilungsdingster. Verchanze ich mich wieder mal ein bisschen hier in der Ecke. In der Ecke. Und hoff, dass jemand kommt. Der Lava 321 ist auch da. Ich stecke mir den Arsch hin. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Ähm, wie ihr sehen könnt, ist es ein bisschen ruhiger jetzt. Weil, wie gesagt, meine Stimme halt wirklich kurz vorm Abschmieren ist. Und daher. Ah, ah, ah. Den hätte ich jetzt wirklich fast übersehen. Den hätte ich jetzt wirklich fast übersehen. Jetzt kommen hier schon mal ein bisschen mehr rein. Ähm, wenn ihr mir Freunde zeigen wollt, aufkommert ihr.net. Freundschaftsanfrage schicken. Da war ein... Wie ist das? Freundschaftsanfrage schicken. Und dann können wir mal zusammen... ...spielen. Scheiße, er hat es noch geschafft, ihn zu infizieren. Ähm, Freundschaftsanfrage schicken. Da können wir gerne mal eine, ähm, eine Runde zusammen spielen. In der Party. Und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein bisschen vorbeischauen würdet. Und natürlich auch die, äh, meine Server. Mein IP ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Und natürlich nicht vergessen, ein Abonnelike dazu lassen. Ähm, ja, Lenustraft ist halt jetzt zur Zeit in Wartung, weil wir noch sämtliche Sachen, äh, dran machen müssen. Wir müssen sie reparieren und natürlich dann auch noch, ähm, einstellen. Ja. Und, ähm, ja, das war es eigentlich schon. Es ist halt jetzt momentan viel in Wartung. Und, da werden wir dann an den Sachen arbeiten und werden sie dann selber dann wieder öffnen. So, jetzt kommen sie aber diese Drecksfischer hier, ey, ne? Ich balle hier einfach direkt mal los. Wie baut sich dieser Block hier ab? Da bin ich mir auch schon oft was gefragt. Jetzt mal Trank der Schnelligkeit. Zwei Skulls reinmachen und erstmal heilen. Geht nicht. Dann muss ich jetzt ran mit meinem Speedstruck. Und, ja, spielen wir halt eben wieder diese Runde, Teil 7. Lass auf jeden Fall Abonnelike da und eine gute Bewertung, würde mich auch freuen. Ähm, ja. Und wer... Oh, da hat jemand gewonnen. Und, ja, wir haben gewonnen. Äh, gut, Leute. Dann... Dann sehen wir uns wieder das nächste Mal bei Teil 8. Gut, euer ManuPlessLP. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö mit Öl. Lass uns auch mal einen Like da. Euer ManuPlessLP. Tschüss. Tschüss.